Ah, hola. Verweiter. Langsam. Hast du die Folge grad schon wieder angefangen? Ja. Ich bin gut, gell? Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Vollgas! Das ist Wahnsinn! Okay, nein. Wir schießen die Juwelen in die Hölle! Und der dämliche Henry hat ein bisschen an der Crew gespart und ich seh's schon kommen, das wird eine Katastrophe. Nein, das wird toll. Was war das denn? Wo hast du denn hier? Näher unten Kamera-Infaktieren. Danke Gotti. Ich weiß nicht, wie du so spielen kannst. Das war bei San Andreas Standarts reingestellt. Ja, das hab ich auch mal umgestellt. Und dann hab ich einen Controller drinnen gehabt. Und äh... Ja, dann musste ich da umstellen. Und seitdem spiel ich auf die Art. Okay. Ach, so machst du das. Ja, ich hab nach Playstation 2 Typ gespielt. Hm. Irgend so was war das. Hör auf zu hoppen! Warum denn? Kann aber wo dagegen fahren. Sehr gut dann. Was ist denn hier los? Oh, stell' sie direkt in das Headset. Wenn die mich schon das Headset runter hier. Ich hasse dieses Headset. Was für ein neues? Ne. Ist zu teuer. Funk-Kopfhörer wär'n geil. Boah, das wär' Hammer. Aber die kosten auf den Schotter, ne? Die kosten auf den Schotter. Aber ich... Aber ich... Und dann hätte ich mir direkt Sennheiser wohl, glaube ich. Aber ich wünsche es mir jedes Mal. Ich wünsche es mir jedes Mal. Wenn ich mich in den Kabel an meinem Schreibtisch verheddere. So, wir parken auch richtig einen in der Fahrtrichtung, weil wir sind ja eigentlich keine Gangster. Wir rauben ja nur ein Jubiläu aus. Nein, nein. Das macht uns nicht zu Gangstern. Richtig. Oh, das wird jetzt richtig spannend hier. Ich geh mal aufs Dach. Ich weiß ja, was es ist. So, wir sind auf dem Dach. Das waren Landmöwen. Hast du das gesehen? Jaaaa. Ist der Strand nicht in der Nähe? Marvin hat uns grad geschrieben. Was denn? Ne, der fragt, wann ich Feierabend habe. Tja, Marvin. Da oben, ne? Ja. Also, ich hab beim ersten Mal ein bisschen gebraucht, bis ich das hier gefunden habe. Bist du doof? Was tust du denn da? Nein! Was denn? Du musst das da an den Containerin werfen! Welchen Container? In das Ding! Achso, sag das doch. Achso. Nein! Nein, verschwind ich gerade! Hey, nur weil du kein Gas verschwindest, ja? Kriegst du das von dir werfen? Oh, ne. Du triffst? Ich bezweifle es. Du brauchst du lieber hier. Ist das denn ernst? Mist. Mist! Hold on. Auf die gelbe Markierung werfen. Ist da nicht getroffen. Ist so schwer auf die gelbe Markierung zu werfen. Hab ich doch. Hast du nicht? Hab ich! Du schreibst mich immer an. Schlimmerer, geht dir an, Uppi Kronk, Alter. Nein, bin ich nicht. Naja, doch bin ich immer. Ey, du hast Kronk dumm gemerkt. Nee, spürst du. Exterminator ist hier. Hey, da ist niemand da draußen. Das suitzt uns. Versuchen wir es nochmal, Luca. Würde ich sagen. Soll ich gleich werfen oder willst du es machen? Ich versuche es nochmal. Es gibt ja nicht mehr viele Möglichkeiten. Warum das auch da sein muss. Mit Stacheldraht umzaunen, weißt du. Als ob da jemand was reinwerfen würde. Almost there. We're in position. Waiting on your signal. Just got to get where I can throw this. Pass auf, jetzt kommt der Skiller. Noch tiefer, genau so. Und rennen. Hier kommen gleich ein paar. Das ging schnell. Schnell und einfach. Wir hätten es auch brachial machen können. Jetzt müssen wir hier. Einfach B drücken, wenn du in so einer Vitrine stehst übrigens. Ja, bin nämlich hier mal. Ah. Hier sind ja die wertvollen Sachen an der Kasse, wurde ja gesagt. 30 Sekunden left. Jetzt werden wir hier oben. Los, los, los. Mach doch nicht so langsam. Du musst an die Türen, die da oben stehen da. 5, 4, maybe 3, 2. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Komm. Alles hier. Gein die Weg noch haben. Ok, die geht nicht. Oh, 4 Sternen. Alter. Oh, der ist nicht so. Da ist schon ein Schuss. Der Alarm geht so oder so los, glaube ich, oder? Ja. Komm, 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 komm. Bitte schön. Ja, komm, los. Ja. Tu es. Ich bin halt ein Noob. Lass mich. Du bist ein fucking Noob. Kannst du dich mal nützlich machen. Wenn ich mal Mauszeiger an meinem Rechner. Warum? Damit das Ding nicht in Standby-Modus geht. So, das wird jetzt eine siefige Verfolgungsjagd. Und wie weit ist er? Ja? Ach, vergiss es. Sag das doch. Du weißt, dass ich dich nicht höre, wenn du so weit weg bist. Ich habe zufällig Kopfhörer auf. 29% und 2 Stunden 5 Minuten. Du bist schon mal reingekommen als ich. Ach. Hey, geht's money. Just keep going. Ich steig die Route und ich bin ein Idiot. Diese sind die besten Bikes für den Terrain. Go across the metro tracks. Take a left and go up the escalators. Cuidado. They should take us into the sewer system. Hit in the drop. There's a key on the left. Take a left while you're through it. Wie kommt's nah rauf in der Kanalisation? If the trucks are in the Alice River, then we're okay. Aber 2,7 Millionen? Ist nicht schlecht. Uh, Brows? Just to run, human. We're not the only people waiting for you in the Alice River. Ein paar? Hang in there, Brows. I got this covered. Hang in there, Brows. I got Bulbarers on the truck. I'll make short work for these cops. Lol. Also das Ding Metzl. Der Alice in Kupfänger hat dran gebaut, Alter. Hey, Mann, mehr Kupfänger. Hey, Mann, mehr Kupfänger. Hey, hey. Wouldn't be a robbery without a car chase, perhaps? Back the fuck off. Help me out of here. I'll get a bunch of kids. Back across the other side, right? Oh, das Ding fährt sich ja wie in der Eins. What the hell happened? Mann, dual-crafted before he got in the tunnels. Ah, shit. I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? His wings crashed out by. Shit. All right. Um, M? Waitin' on you, kid. Hättest du mal nicht so gegeizt, hätten wir mehr Anteil. Du und deine Steuerung, eh. Nee, jetzt kannst du doch nichts sagen. Jetzt brauchst du ja keine Kamera. Oder doch. Ja, ich dachte, du wärst in einer Kupfängerung. Ja, ich dachte, du wärst in einer Kupfängerung. Da muss noch mehr Leute warten, in der Nähe. Wir haben nicht nur das Ding, haben wir? Wir wissen, was wir? Ich glaube, wir haben. Oh, Mann. All right! Woo! Ho, ho! One step closer to retirement. All right, Leute. Wir müssen uns verletmen. 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 Hey, du bist gut, kid. Was ich sagst, Lester? Huh? Mm-hmm. All right, look. Everybody, take off. Hey, Franklin. Listen, Lester und ich haben ein paar Dinge, wir müssen uns verletmen. Ich will, dass du bei der Haus ein bisschen später und wir feiern. All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. Wir sind zurück in Aktion. Nice. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Das war richtig nett. Hart wie Diamant. 20G. Ja, 20G ist der Nachfolger von 3G. Tääääääääää. Oh, Gott. Den Handy hat nur 19G. Raubüberfall ausgeführt. Geld. 3 Millionen. 900 Tausend. Was ein Drecksanteil. Bitte was? Madrasos-Zeitag. Also, im Endeffekt haben wir nur... Na gut, 108 Tausend, immerhin. Ja, hätte mehr sein können. Da wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen. Jetzt gucken wir uns mal das Auto-Tuben. Wir haben den Anteil noch nicht. Stimmt. Telefonieren im Club? Leider geil. Ja, oder? Wir treffen uns bei mir. Du hast das Geld bald auf deinem Konto. Aber Lester muss es waschen. Gut. Dann würde ich sagen, es war für diese Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge unseren kleinen süßen Arsch dann wohl mal zwangsweise zu Michael begeben. Ja. Denn wir brauchen Style und das Geld. Das war's von dieser Folge GTA 5. Bis dahin. Tschüss. Mit Ös. Der war doof jetzt in dir.